Stärker und stärker und stärker und man kriegt die geilsten Sachen. Ihr werdet das schon noch sehen. Ihr werdet es später noch sehen, was ich meine. Aber jetzt müssen wir erstmal... Eigentlich müssen wir zum neuen Lager, aber ich würde sagen, wir gehen nochmal zum alten Lager. Soweit ich weiß, kriegen wir die schwere Garde Rüstung jetzt noch nicht. Oder wir kriegen sie nicht. Auf jeden Fall kriegen wir sie noch nicht, weil wir noch nicht lang genug dabei sind, fürchte ich. Wie es Stone gesagt hat. Aber wir können ja trotzdem mal nachfragen. Was soll ist? Fragen kostet nichts. Und ich hätte selbst genug Erz, wenn Fragen was kosten würde. Habe ich jetzt eigentlich mit allen Händlern geredet? Im Sumpflager? Na, ich hoffe es mal. Auf jeden Fall, wir haben gerade 36 Lernpunkte. 20 brauchen wir für den Bogen. Für einen Tag, ich kann irgendwie nicht mehr reden. 20 brauchen wir noch für Bogen. Meistern. Einhände haben wir gemeistert, Bogen haben wir dann gemeistert. Dann können wir langsam übergehen zu Zweihandwaffen und Armbrust. Allerdings werde ich Zweihandwaffen und Armbrust sozusagen gleichzeitig weiter vorantreiben. Und das heißt, dass ich erst Armbrust lerne, wenn ich zwei Hände auch lerne. Und das werde ich erst lernen, wenn ich einen Lehrer habe, der mir das beibringen kann. Und das habe ich noch nicht. Ähm, wir müssen jetzt noch gleich zu Kavalon und unsere 20 Lernpunkte bei Kavalon ausgeben. Und dann haben wir noch 16 Lernpunkte, die wir irgendwo ausgeben müssen. Oder können, oder sollen. Da werde ich zum Beispiel Schlösser öffnen. Das lohnt sich aber irgendwie gerade nicht. Taschenliebstahl. Habe ich eigentlich nie gelernt, glaube ich. Genauso wenig, wie ich jemals Feuermagier oder Wassermagier oder so wurde. Und Magie benutzen musste. Oder halt Mana und Magie lernen musste. Ich bin eigentlich immer nur auf Stärke, Geschick und die vier Sachen gegangen. Plus dann noch Schleichende Akrobatik und Stufe 1 zum Schlösser öffnen. Vielleicht dann noch Stufe 2, weiß ich gerade nicht mehr. Aber, hey, ich habe noch, ähm, 64 Dietrich im Moment. Und es gibt fast nichts mehr, wo ich meine Dietrich wirklich benötige. Fällt mir gerade so auf. Und deshalb brauche ich eigentlich auch nicht unbedingt Schlösser öffnen auf Gemeistert schaffen. Dann brauche ich nämlich fast keine Dietrich mehr, 10 oder 20 reichen da. Ich labere gerade irgendwie vor mich hin und merke gar nicht selber, was ich labere auch, was da ist. Hat es hier noch irgendwas zu tun, Stone? Ganz small. Schauen wir kurz, ob er uns die verkauft hat. Okay. Wir sehen uns. Skip, hast du Geld? Äh, Erz. Für Gomez. Nö, hast du nichts. Wir sehen uns. Äh, dieser Toretz hat auch keine. Hallo, Milton. Hallo. Wir sehen uns. Als ob er wusste, was ich gesagt habe. Ähm, wir haben, wir können noch kurz mit Dexter und Fisk reden. Und hepp. Ich weiß, das ist unfair, aber wer es kann, der kann es. Hey, Moment mal, war ich jemals an der Kiste? Ich mein... Ja, wahrscheinlich schon. Da haben mich gerade gewundert. Wie steht da so unbeholfen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Dexter und Fisk noch ein bisschen Erz haben. Drüben in der Sumpflage könnte noch jemand Erz haben. Aber da will ich jetzt nicht nochmal hintritten. Für Gomez. Hintritt schocken. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Hast du auch Erz? Du Mistkerl. Was hast du denn du für einen Schrott? Das braucht doch keiner. Fisk. Was ist mit dir? Für Gomez. Ja, ja. Für Gomez. Zeig mir deine Ware. Oh, jawoll. Fisk, du enttäuschst mich nie. Zack. So, was willst du denn dafür? 600 Erz. Ich habe hier Minecrawler-Eier. Äh. Ja, Minecrawler-Eier. Ich habe hier die... Ach, scheiße. Weißt du, was ich noch habe, Fisk? Oh. Ich habe jetzt schon zu viel für dich. Egal, dann verkaufe ich dir jetzt das andere. Erst das andere und dann das. Oh mein Gott, nein. Wie werde ich denn den ganzen Kack hier überhaupt los? Hier, du kriegst eine Schattenrüstung. Passt. Jetzt bin ich wenigstens schon mal die Rüstung los. Oh Mann. Ich brauche mehr Händler in diesem Spiel. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Uhrzeit haben wir jetzt. 12.49 Uhr. Witzig. Moment mal. Ich mache hier, glaube ich, einen kurzen Cut und schau mal schnell rüber, ob es bei Insektenspinnern irgendwo einen Händler gibt, der noch irgendwie Erz dabei hat. Wenn ja, muss ich dann nochmal kurz zurück. Also, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.